Don't forget to subscribe! Nun ist Gerrit alleine und der geht jetzt nun zurück und holt Irin. So, das letzte Mal kam ich hier an. Und ich kann zum Glück doch selber speichern. Das mag ich immer, weil man selber speichern kann. Und ja. Ich muss weiterhin im Dunkeln bleiben. Wow. Nach dem letzten Knopfenschlag in der Station. Das ist eine letzte Verwärmung, der wird wieder auf meine Kiste angeht. Ehh. Wie den Geschmack brauchen, Alter. Sind die widerlich? Ja, stimmt. Und wir wollen erstmal eine Maske da stehlen. Das heißt, ich muss erstmal hier irgendwie runterkommen. Ja, du sollst da runtergehen. Ich denke fest. Das typische tägliche Familienproblem. Da oben. Lecker Brot. Das hat sich angehört. Das ist klatsch. Na hier, ne Brot. Und Alkohol. Nun ist die Frage, kann ich da durchraschen, ohne dass sie jetzt irgendwas machen mit mir, oder? Oder sind die still? Das schreckt mich nicht. Ich habe mich wirklich gerade zu tot erschrocken. Stimmt, warum müssen wir jedes Mal Dings weg? Was? Brett? Kopfball. Kann ich euch abwerfen? Okay. Ich habe mich abwerfen. 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 Ich weiß nicht, ob ich hier lang gehen darf Oder ob das überhaupt da weiter geht Mann Also ich bin immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für Warum ist hier eine Flasche? Die sieht mich nicht Mann Ich denke mal Zuerst, er sagt immer zu mir Arschloch Du Arschloch Das war alles für ein Gerutsch Das war ein seltsam Ich meine gleich die dramatische Musik Alles ruhig, alles in Ordnung War nur eine Katze Das war es für ein Gerutsch Das war es für ein Gerutsch Ich bin immer noch ein Gerutsch Ich bin immer noch ein Gerutsch Bist du auf Ich kann ja mal leise krepieren. Ich kann ja mal leise krepieren. Ja, kann der jetzt mal von der Hocke weggehen? Ich kann ja mal leise krepieren. Ich kann ja mal leise krepieren. Ich kann ja mal leise krepieren. Bist du lebensmüde, Junge? Ich kann ja mal leise krepieren. Oh, ich hasse das immer. Ohne Witz, also das mit einem Objekt ausführen, das klappt nie wirklich. Ich kann ja mal leise krepieren. Wo ist dein Kumpane? Aber ich warte erstmal kurz ab. Ach, da ist ein Kumpane. Ich werde überall nachsehen. Du erkommst bin ich. Dean, komm raus! Ich werde trotzdem hier kurz speichern. Kann man hier aber nicht irgendwie eine größere Karte sehen? Wenn ich nicht konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Was ist los mit mir? Was ist das für eine Fähigkeit? 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 Ist hier jemand? Entweder habe ich etwas gehört oder ich werde verrückt. Beides. Ich habe nichts mehr zu werfen, oder? Ich habe nichts mehr zu werfen. Ich müsste eigentlich rüberrennen, wenn beide plötzlich hier dann nach rechts gehen. Oder dem Moment beide nach links. Ah, das wurde mit Deckungswechseln gemeint. Alles ruhig, alles in Ordnung. Es ist nicht wirklich einfach. Es sieht einfach aus, ist es aber nicht. Es ist einfach aus. Es ist einfach aus. Es ist auch sehr schwierig einzuschätzen, wie viele Wachen jetzt nun allgemein da drauf sind. Ob das jetzt nur die zwei sind oder ob das wirklich nur drei sind. Es ist einfach aus. Es ist einfach aus. Es ist einfach aus. Peter. Alles ruhig, alles hin. Dann vergessen wir es. Zurück an die Arbeit. Es ist einfach aus. Es ist einfach aus. Ja, es ist einfach aus. Ich habe mich verklemmt. Ich teste nur kurz was. Es sind drei Wachen. Die können mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass sie ihn nicht sehen. Das ist wirklich wie auf Orks and Man Niveau. Wenn sie Sticks oder so nicht bemerken. Schöpunga. 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 Schöpunga.